Ja hallo Leute, hier ist wieder Bay mit Let's Play World of Tanks, diesmal mit zwei Gästen, einer kann leider nicht sprechen, habe ich aber im Teamspeak, deswegen kommen ab und zu komische Kommentare, der andere kann ich jetzt kurz selbst vorstellen, hallo Nozi. Hallo. Ja, wir fahren Zweierpanzer und ab ins Gefecht. Alle sind schon bereit, wir hatten uns schon kurz vorher abgesprochen, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Okay, ich fahre jetzt weiter nach rechts. Ich bin mitten auf den Bahnschienen gespawnt. Ist doch gut, da fahre ich jetzt auch hin. Ach, du auch. Ja, ich fahre jetzt weiter nach rechts, zu den Bahnschienen rein und an den Waldhandmitte. Wir können eigentlich schon mit Dreierpanzer fahren, weil die Selbstfallerfetten hochgestuft werden, weil die mehr Durchlagskraft haben. Guck mal, es sind Viererpanzer mit in unserem Gefecht. Ja. Na, jetzt fahre ich erstmal ein Stück, bevor ich jetzt direkt hier rumkomme. Das war der größte Fehler, den ich hier mache. Ist die Map wirklich nur so klein? Ja. Weil die haben mich jetzt bis jetzt dann noch nicht gespielt. Weg da, weg da, weg da. Wer meinsch mich? Nein, nicht ich. Ich mein im Teamspeak unseren dritten Midplayer. Ich bin tot. Als erster. Oh, du hast einen Kuh. Nein, 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 nein. Der hat noch keinen Kill. Nein, du noch nicht, aber unser Mitspieler, der meinen offiziellen Nicknehmen hat, hat gerade einen Kill gemacht. Und ist verreckt. Die eine selbst Fallerfetten hat drei Kills. Das Battle sieht schlecht für uns aus. Nimm diese Artillerie ins Visier, die hat ein viereckiges Kästchen auf dem Kopf. Wespe heißt die. Wespe, ja, hab ich. Die ins Visier nehmen. Krieg ich nicht ins Visier rein, steht total blöd dran. Ich nehme jetzt den BT-7 in Visio. Ich seh's. Na, schade. Schade. Das ist ein M3 Lee. Ja, ich seh. Hast aber ein Viererpanzer. Da ist die Wespe. Nimm die Wespe ins Visier. Da ist auch schon einer. Ja. Ja. Gut, gezettet. Und weg mit. ja das letzte der t57 stein ich habe mir ein visier und einfach feuer schade ich musste aber gut gelaufen ja ja wir fahren mit dreierpanzer der weiter mit seiner selbst war das jetzt von panzer dabei der vierer kv1 gerade eben hat man auf ihrer panzer dabei nein oder hat man vierer panzer dabei ja auch vierer panzer aber das sind fünfer wer steht hinter mir nein weil ich fahre jetzt direkt rückwärts achtung fährt direkt rückwärts ich fahr den selbstmörderkampf selbstmörderkampf ok wenn du mir hinterherfährst ne ich gebe die rückendeckung spätestens jetzt kriegst du mich eh nicht mehr ins visier vorsichtig links von dir ja wie ist stock 3 mhm die kannst du ins visier nehmen ne krieg ich irgendwie nicht ins visier weil das wahrscheinlich über den berg ist ja wahr ich muss ein stückle zurück fahren dann vielleicht ich muss ein stückle zurück fahren dann vielleicht ne krieg ich nicht schade ich bin tot ja ich sag ja auch selbstmörder mal gucken wir mal hier ist ein wolverine auf wen zeichen gehen auf den luchs oder ich nehme den ja ein luchs ist sehr schwer ja 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 das ist oder ja ne Oh ich seh grad du hast schon die dickere Waffe draus Was hab ich? Nein nicht wo? Da ist ein Luchs Keine Chance Bist du tot? Jupp So da Arsche Ähm ne Chrissy ist noch im Spiel Ok Jetzt hab ich den Abend trotzdem gesagt Hehehe Muss dann jetzt gleich kurz mal auf K Ich unterbreche mal eben die Aufnahme kurz Ein Moment Vielen Dank.